Altersrente für Versicherte ab 70 mit mindestens 30 Jahren Beitragszahlung. So fing es 1889 zum Startschuss für die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland an. Mit dem Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung fiel der Startschuss. Für diese ersten Renten hatte aber noch niemand Beiträge eingezahlt. Eine Übergangsbestimmung machte das möglich. Eine Rente durfte beziehen, wer über 70 war und unmittelbar vor dem Start des Rentengesetzes mindestens drei Jahre gearbeitet hatte. Alle Arbeiter ab 16 Jahren waren rentenversichert. Angestellte mit einem Jahresgehalt bis 2000 Mark waren ebenfalls rentenversichert. Ein Arbeiter mit einem Jahresverdienst zwischen 550 und 850 Mark erhielt 162 Mark aus der neuen Rentenkasse. Das entspricht 19 bis 29 Prozent des Jahresgehalts. Wo steht über 130 Jahre später nun das Rentensystem? Alle Einzelheiten erfahren Sie im Video. Mein Name ist Jutta Martin. Ich bin Autorin mehrerer Steuerratgeber und Rentnerinnen. Schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an und sichern Sie sich schon mal einen kostenlosen Report unter diesem Video. Seit 1889 das von Reichskanzler Otto von Bismarck eingeführte soziale Netz, das in Europa vorbildlich war, geknüpft wurde, hat sich vieles verändert. Ich mache mit Ihnen heute mal einen kleinen Exkurs in die Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie werden vielleicht erstaunt sein. Ursprünglich war die Rente nur als Zuschuss zur familiären Sicherung im Alter gedacht. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die Stunde null. Die Rente war oft die einzige Einkommensquelle der Rentner und reichte nicht für den Lebensunterhalt. Die Unzufriedenheit der Rentner stieg. 1957 führte Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler der BRD, das Umlagesystem ein. Bis dahin zahlte jeder Versicherte seine Beiträge auf ein persönliches Rentenkonto und sparte so sein eigenes Alterskapital an. Von nun an finanzierten die Beiträge die laufenden Renten. Arbeiter und Angestellte wurden gleichgestellt, die Renten dynamisiert und an die weitere Lohnentwicklung gekoppelt. Die Renten stiegen schlagartig und damit begannen die Probleme. Der Beitragssatz stieg von 11 auf 14 Prozent. 1967 mussten die Beiträge auf 15 Prozent erhöht werden. 1972 wurde die flexible Altersgrenze eingeführt. Versicherte konnten auf Wunsch schon mit 63 in Rente gehen. Für schwerbehinderte, berufs- und erwerbsunfähige Menschen war ein Renteneintritt bereits mit 60 Jahren ohne finanzielle Nachteile möglich. Bis 1986 wurde bei der Rente ein Überschuss von 211 Milliarden Mark erwirtschaftet. Der wurde natürlich sofort verplant. Der Beitragssatz lag inzwischen bei 17 Prozent. 1977 hat sich die finanzielle Lage der Rentenversicherung verschlechtert. Die Rentenerhöhungen wurden um ein halbes Jahr verschoben. Durch das 20. Rentenanpassungsgesetz werden die Ausbildungszeiten nur noch vermindert bewertet und der Beitragssatz stieg auf 18 Prozent. 1978 wurde die Rentenerhöhung mit dem 21. Rentenanpassungsgesetz von den Bruttolöhnen abgekoppelt und gleichzeitig begannen die Eingriffe in die Rentenkasse. Am 01.01.1979 stieg der Beitragssatz auf 18,5 Prozent. 1984 wurde das Vorrufstandsgesetz beschlossen. 1986 stieg der Beitragssatz auf stolze 19,2 Prozent. Das Gesetz zur Neuordnung der Hinterbliebenenversorgung trat in Kraft. Damit steht Männern und Frauen gleichermaßen die Hinterbliebenenrente natürlich mit Anrechnung des eigenen Einkommens zu. Nach der Wiedervereinigung erfolgte ja eine tiefgreifende Rentenreform. Die Rentenkasse war schwer belastet, aber nicht, weil die Ostrentner nie in die Rentenkasse eingezahlt haben. Das spielt ja durch das Umlageverfahren überhaupt keine Rolle. Nein, es sind die Tausende von Jobs in den neuen Bundesländern, die einfach weggefallen sind und damit auch die Beitragsszahler. 1996 hatten wir mit dem Wachstums- und Beschäftigungsförderungsgesetz die nächste Rentenreform. Neurentner bekommen ab 1997 erneut verminderte Ausbildungszeiten angerechnet. Die Altersgrenze für Männer lag bei 63 Jahren und für Frauen bei 60 Jahren. Seit 2001 wurde sie stufenweise auf 65 Jahre erhöht. Der Abschlag für einen vorgezogenen Renteneintritt von 0,3 Prozent pro Monat wurde eingeführt. Die Bundesregierung beschloss eine Absenkung des Rentenniveaus. Bis 2030 sollte es von 70 auf 67 Prozent des Durchschnittseinkommens gesenkt werden. Das ist der blanke Hohn, denn wir liegen jetzt im Jahr 2023 mit 48 Prozent weit darunter. Als Ausgleich für die Absenkung wurde die staatlich geförderte Riester-Rente eingeführt. Der Beitragssatz lag bei 20 Prozent. Ab April 2004 müssen Rentner die Beiträge zur Pflegeversicherung in voller Höhe übernehmen, anstatt wie bisher zur Hälfte. 2005 wurde die nachgelagerte Besteuerung eingeführt. 2006 wurde die Rente mit 67 beschlossen. 2007 trat das Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz in Kraft. Es hat einen sehr, sehr langen, komplizierten Namen, knifft an die demokratische Entwicklung. Und der Name dieses Gesetzes sagt eigentlich auch schon, wo es langgehen soll. Also macht die Absicht des Gesetzgebers deutlich. Die Rente mit 67 wurde ab 2012 mit langen Übergangsfristen eingeführt. Schul- und Hochschulzeiten werden seit 2009 nicht mehr angerechnet, zählen aber weiter für die Wartezeit von 35 Jahren. Das Renteneintrittsalter in Deutschland hat sich im Laufe der Geschichte mehrmals verändert. Hier sind einige wichtige Punkte. Bis 1916, vor dem Ersten Weltkrieg, betrug die Altersgrenze für die Rente 70 Jahre. Die Rentenversicherung war begrenzt und viele Menschen waren im Prinzip auf eine private Vorsorge angewiesen. 1916 bis 1945. Während des Ersten Weltkriegs wurde 1916 das Alters- und Invaliditätsversicherungsgesetz eingeführt. Das Renteneintrittsalter betrug 65 Jahre. Nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde das Renteneintrittsalter in Westdeutschland auf 65 Jahre festgelegt. In der DDR betrug das Renteneintrittsalter 65 Jahre für Männer und 60 Jahre für Frauen. Ab 1997 lag die Altersgrenze für Männer bei 63 und bei Frauen bei 60 Jahren. Seit 2001 wurde sie stufenweise auf 65 Jahre erhöht. Nach der Wiedervereinigung wurde das Rentensystem in Deutschland vereinheitlicht. Das Renteneintrittsalter wurde schrittweise angehoben. Ab 2012 begann die stufenweise Erhöhung des Rentenalters von 65 auf 67 Jahre. Die sogenannten Wirtschaftsweisen fordern eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters auf mindestens 68 und höher und empfehlen eine Umverteilung der Renten. Darüber habe ich vorige Woche bereits ein Video gemacht und berichtet. Dass die Vorschläge der Wirtschaftsweisen in der Bevölkerung keinen Zuspruch finden, ist absolut verständlich. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnt eine weitere Erhöhung ab. Bundeskanzler Olaf Scholz findet es unnötig, das Renteneintrittsalter weiter zu erhöhen. Man habe das Renteneintrittsalter per Gesetz auf 67 festgelegt. Danach, finde ich, ist auch mal gut, sagte Scholz. Und auch der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat den Vorschlag der Wirtschaftsweisen abgelehnt. Das Renteneintrittsalter sorgt immer wieder für Diskussionen. Können wir der Regierung Glauben schenken, soll es nicht weiter erhöht werden. Schauen Sie sich auch das Video über die geplante Umverteilung der Renten an.